Heyo Leute, Bardo hier. Willkommen zu Wade mit Xinox. Hey. Okay, wir werden diese Runde gewinnen instant. Ja, natürlich. Wie immer. Wie immer. Okay. Los, los, los. Hier, hier, hier. Oh, Alter, bin ich schlecht geworden. Mann, ich habe vorher keine Runde gespielt. Nur Bad Wars und das war scheiße. Was? Nein! Dich krieg ich... Okay. Das bringt überhaupt nichts, weil du... Kann ich ertrinken. Yaaaay. Alter. ...ist hier einer dieser großen YouTuber. What the fuck? Was? O-M-G. Bardo. Nein, 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 nein. Es kommt scheiße, wenn ich nichts zufrieden habe. Wir rennen... Oh, oh mein Gott, hier sind keine Bäume in der Nähe. Wir rennen einfach zur Lava da vorne. Nein! Vertrauen mir. Vertrauen mir. Ja, okay, ich vertraue Bardo. Ich weiß nicht, ob das so eine... Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, Bardo zu vertrauen. Aber... So, jetzt bleiben wir hier, okay? Wenn einer kommt, wir wocken in die Lava. Nein! What the fuck? Was soll das bringen, weil dann kriegen wir auch keine Items. Hier unten ist eine Höhle. Ich erkunde die. Okay. Oben ist ein Gegner übrigens, da. Oh, oh, oh mein Gott. Oh mein Gott. Hey! Oh, oh mein Gott. Oh, oh mein Gott. Oh, oh, oh. Ey. 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 Direkt. Direkt. Geht direkt. Ey, da drüben sind Pilze. Wir können uns Pilze oben machen. Komm mal eine Höhle. Pardon. Können wir ein bisschen da rum spielen. Pardon. Können wir ein bisschen nass gehen. Ein bisschen verrückt sein. Ich komm mal in meine Höhle. Ich hab ultra viele Sticks. 33. Ist gar nicht so viel. was? Wieso hast du 33 Sticks gemacht? Ich weiß es nicht. Die romanische Musik bitte einspielen. Ne 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 ne. Ne 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 das war » Jurassic Parkiques« ? weiß nicht ob das »Ganzt rüber gekommen ist« weiss nicht. Ich hab viel nö-nö-nö-nö-nö-nö wahrgenommen. Ach, ach, okay. Alter, was war falsch mit dir? Warum hab ich das getan? Warum hab ich mich noch auf diese Aufnahme eingelassen? Hier, ich bin Pasaan für dich. So, und ich hole jetzt weiter Eisen. Ich stripp mal die Scheiße aus dem Spiel. Okay, oh. Das hat beim letzten Mal auch schon so gut funktioniert. Was? Komm, wir schon mal zu mir. Entweder du hast Dan oder Tia's gefunden. Es ist Dan. Diamonds. Dan. What the fuck? Aber nicht jetzt mit der Steinsplitzhacke auf. Diamonds. Nicht mit der Steinsplitzhacke. Ich hole die Eisensplitzhacke, klar. Ich bin MC Expert. Ich weiß alles über dieses Spiel. Ist schon gut, Sinux. Ist okay. Ey, ich hab mir Varro von MC Expert angeguckt. Ähm, Sinux? Ja? Komm mal runter zu mir. Nein. Die hast du gefunden. Eins. Zwei. Okay, obenrum sind Fläche. Obenrum sind zwei. Ah, okay. Warte, mach du doch einen Brustpanzer. Du bist der Fighter. Du brauchst einen. Was? Dann hast du nur einen Helm und ich hab drei Brustpanzer. Ist egal, ist egal, ist egal. Oh. Ist besser zu. Nein. Doch, vertrau mir. What the fuck? Ey. Ich mit voller Ausrüstung bin so viel wert wie du ohne. Da sind Gegner unten. Siehst du die? Alter, wenn uns die nicht reden hört. Oh mein Gott. Ja, 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 ja. Wir haben auch kein Equip. Alter, die haben ein schlechteres Equip als wir. Ey, wir rapen. Alter, die ist jetzt runter. Oh nein. Please not. Oh man, okay. Alter, die rapen mich. Fuck. Komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Naja, mach ich schon. Ich bin nicht bei einem. Ich bin nicht bei einem. Aber einer, einer habe ich. Und den anderen auch. Ja, 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 ja. Okay, hier, Eisenbrustpanzer. What the fuck, Alter. Wir müssen uns bei einem. Ja, dings. Hier, da. Da liegt ja, da liegt. Da ist genau so die. Oh nein. Vielleicht stirbt man doch. Nein, ich hab für ein Fertzenfass. Verloren. Achtung, Skillmove. Oh. That was easy. That was fucking easy. Teams, also innerhalb des Teams angeschaltet. Ey, wenn die nicht langsam mal in die Mitte kommen, dann sind die tot. Oh. Bist du ein Spaß? Oh mein. Nein. Oh, bist du ein... Der war eine Kiste. Ich bin gesprungen und die Kiste hat mich vorher gestoppt, bevor ich den Bucket machen konnte. So ein Idiot, Alter. Oh, wie kann man so... Die Kiste hab ich nicht einberechnet. Nee, aber jetzt war ganz ehrlich. Ich guck mal, wo die Gegner sind. Die kommen, die kommen, die kommen, die kommen. What? Die kommen. Hab ich den Bucket, Tracy? Ich hab den Bucket nicht gekriegt. Oh fuck, ey. Mann, wenn ich jetzt den Bucket hätte, wäre... Wehe, die haben einen Bogen. Haben die nicht? Keiner hat einen Bogen. Fuck. Shit. Und, ähm... Das war diese Runde. Ein peinliches Ende. Ich sag aber trotzdem, ciao. Es ist nicht meine Schuld. Es ist... Es war doch schuld. Und gucken wollt, warum Sinux einfach verreckt ist am Ende. Im Kampf, der hätte... Es war eine Strategie. Es war eine Strategie. Klar. Und ich sag, ciao. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tudel. Bis dann. Oh. Richtig sad. Oh, man. Und... Alice.